Wenn Sie den Code schnell haben möchten, hinterlassen Sie einfach unten Ihre E-Mail-Adresse, und ich werde Ihnen jenen zusenden. Es wird jedoch dringend empfohlen, mitzutippen, während wir fortfahren, da dies das Verständnis fördert. Willkommen zu einer weiteren Episode auf unserer spannenden Reise durch die Welt der Signalverarbeitung. Heute konzentrieren wir uns auf Hochpassfilter, die unbesungenen Helden, die es uns ermöglichen, diese höheren Frequenzen zu isolieren, indem wir die niedrigeren dämpfen. Hochpassfilter sind überall, von der Audiobearbeitung bis zur Bildverbesserung. Wir beginnen mit NAMPI, einer Eckpfeiler-Bibliothek, die es uns ermöglicht, Arrays und mathematische Operationen mühelos zu handhaben. Und natürlich, was wäre ein Tutorial ohne einige augenfällige Visualisierungen? Wir verwenden Matplotlib, um unsere Signale zu plotten, wodurch die Effekte unseres Hochpassfilters nicht nur verständlich, sondern auch sichtbar werden. Visualisierung ist der Schlüssel in der Signalverarbeitung, und Matplotlib ist unser Fenster zur Welt der Daten. Hier kommt SkiP, das seine Fähigkeiten zur Signalverarbeitung in unser Werkzeug-Sapp bringt. Speziell konzentrieren wir uns auf die Funktionen Butter und L-Filter. Butterworth-Filter, bekannt für ihre glatte Frequenzantwort, helfen uns, unseren Hochpassfilter zu erstellen. Lassen Sie uns in die Definition unseres Hochpassfilters eintauchen. Der Butterworth-Hochpassfilter ist heute unsere Wahl wegen seiner flachen Antwort im Durchlassbereich. Ein weicherer Übergang macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Anwendungen. Die Berechnung der Nyquist-Frequenz ist unser erster Schritt. Sie ist die Hälfte unserer Abtastrate und ein kritisches Konzept in der digitalen Signalverarbeitung, um Aliasing zu verhindern. Sicherstellend, dass unser Signal dem Original treu bleibt. Wir normalisieren unsere Grenzfrequenz bezüglich der Nyquist-Frequenz. Dieser Schritt ist entscheidend, damit die Butterfunktion unsere Anforderungen an den Hochpassfilter genau versteht. Erzeugung der Filterkoeffizienten mit der Butterfunktion Wir spezifizieren, hoch, für Hochpassfilterung, mit dem Ziel, diese höheren Frequenzen zu bewahren, während wir die niedrigeren dämpfen. Jetzt ist es Zeit, unseren Hochpassfilter auf ein Signal anzuwenden. Diese Funktion rundet den Prozess ab, indem sie unsere Rohdaten nimmt und eine Version ausgibt, in der die niedrigeren Frequenzen gedämpft sind. Zuerst rufen wir unsere Butter-Highpass-Funktion auf, um die notwendigen Filterkoeffizienten zu erhalten. Dann wenden wir diese Koeffizienten auf unsere Daten mit L-Filter an, um die Hochpassfilter-Magie zu vollbringen. Wir bereiten die Bühne mit unserer Abtastrate von 5000 Hz vor. In der digitalen Signalverarbeitung bestimmt die Abtastrate die höchste Frequenz, die wir genau erfassen können. Erstellung eines Zeit-Rays, um eine Sekunde Signal zu simulieren. Dies wird uns helfen, unser Signal im Zeitbereich zu visualisieren. Lasst uns ein zusammengesetztes Signal mit einer Mischung aus Frequenzen erstellen, ein perfekter Kandidat, um die Fähigkeiten unseres Hochpassfilters zu demonstrieren. Die Grenzfrequenz unseres Filters ist auf 150 Hz eingestellt. Frequenzen unterhalb davon werden deutlich gedämpft, sodass wir uns auf die höheren Frequenzen konzentrieren können. Nachdem wir unseren Hochpassfilter auf das Signal angewendet haben, sind wir bereit, diese höheren Frequenzen zu isolieren und den Filter in Aktion zu sehen. Zeit zum Plotten Eine größere Bildgröße stellt sicher, dass jedes Detail unserer Signale sichtbar und geschätzt wird. Unser erster Subplot zeigt das Originalsignal. Beachten Sie die Mischung aus niedrigen, mittleren und hohen Frequenzen. Hier ist unser Originalsignal. Eine harmonische Mischung aus Frequenzen. Vor der Filterung ist es eine brodelnde Metropole von Klängen. Und jetzt, die Enthüllung. Unser Signal nach der Hochpassfilterung. Voila Das gefilterte Signal Die niedrigen Frequenzen sind gedämpft, was uns die klare Klarheit der höheren Frequenzen hinterlässt. Wir beschriften unsere X-Achse mit Zeit in Sekunden. Klare Beschriftungen sind das Kennzeichen einer guten Datenvisualisierung. Ein Gitter hilft bei der Visualisierung unserer Daten und bietet eine strukturierte Kulisse für die Geschichte unseres Signals. Die Option, Tide, für die Achse stellt sicher, dass unser Plot eng um unsere Daten passt, ohne dass eine Frequenz unbeachtet bleibt. Und da ist es, unser Signal vor und nach der Hochpassfilterung. Der Unterschied ist klar und demonstriert den Nutzen und Effekt der Hochpassfilterung in der Hochpassfilterung. Wir haben gerade gesehen, wie das Programm funktioniert und uns die Ergebnisse angeschaut. Wenn Ihnen das gefallen hat und Sie den Inhalt nützlich fanden, vergessen Sie bitte nicht, zu liken, zu abonnieren und mit anderen zu teilen, die davon profitieren könnten. Wenn Sie tiefergehende Unterstützung oder Ingenieurberatung benötigen, besuchen Sie eProgrammer.com. Wir fangen an. Wir fangen an.